so halli hallo meine lieben freunde ich bin wieder mal am gta spielen mike boss ist mit dabei in seinem channel wenn ich es wieder nicht vergesse der kommt auch natürlich mit rein hast du schon gestartet ja ich ist ja nicht schlimm ja alles gut ja ich noch nicht da kann es ja im nachhinein war es nicht schlimm denn hast eben noch mal eine anmoderation drin das stört ja gar nicht so jetzt guck ich mal wo du dich befindest du wirst du gleich leben diesen berg diesen berg liebe ich so jetzt müsstest du auch sehen dass ich noch mal neu online reinkommen ich glaube auch echt wirklich ich werde mir noch mal ein bisschen was munition holen mach das weil das ist glaube ich gar nicht so verkehrt also ich habe immer noch nicht fahren gelernt für die die es nicht wissen aber mittlerweile muss ich auch sagen ich zocke jetzt gerade wieder über die tastatur über das gamepad ist es schon extrem viel einfacher das muss man echt mal sagen also ich finde tastatur einfacher weil ich kein game besser also dass das spiel normal logischerweise auch auf jeden fall würde ich auch immer wieder nur über tastatur machen ganz klar aber wenn ich autofahren oder sowas mache dann ist es schon über das gamepad um einiges einfacher wirklich jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen backyard wrestling irgendwie so ein bisschen ob jener am start ist den ich irgendwie richtig zusammen jagen kann ich hoffe du machst das bei mir ja genau jetzt jetzt sehe ich dich gerade dass du online gekommen bist genau das läuft auf jeden fall jetzt muss ich erstmal dich suchen hier da meine freunde siehst ja meine freunde sind homosexuell so jetzt war doch irgendwie alter wie sie erstmal auf mich und gang fight ich bin in dem gang fight und ich liebe es so ich hoffe ich ich hoffe ich habe genug kohle also wieso hast du genug kohle genug genug da bin ich da bin ich da bin ich voll das richtig abend was macht trotzdem bock warte mal wo ist da bin ich gestorben ist der vorbei sobald du einmal gekillt bist nö eigentlich nicht keine ahnung eigentlich nicht oder bin ich oder bist du woanders gesporen ja ich glaube schon ja schon wieder scheiße ey ich bin so ein buhne alter ich stehen sie dann alle neben mir so und dann scheiße knarre nicht gezogen ja toll jetzt muss erstmal gucken ob du hier in der in der mission oder beziehungsweise bei dings bin drin bist der ist garantiert ein gang mit hier der jubi der jubi ja mann hier lernst du neue wörter mit dem gusuar klar kenne ich die wörter aber ich finde es voll geil so jetzt war ich auch mal hier raus jetzt jetzt lasse ich mich nicht töten man warum habe ich denn mein fahrzeug wo ist mein kuruma ich will mein kuruma haben erstmal bei diesen komischen vertragshändler hier anrufen dass er mir meinen kuruma holt du meinst dein mechaniker nein scheiß egal ich fahr mit meiner anderen karre und dann wird halt meinen romann hat ja auch so viel ja ich habe ja genug so jetzt habe ich die gekillt jetzt muss erstmal gucken wo du bist jetzt muss erstmal gucken wo du bist so sobald sobald der gangfight durch ist da bin ich der meinung kriegst du das doch angezeigt hier von wegen ja gangfight da bist du da bist du da bist du da bist du ja komm komm einfach mal stehen ich komm da jetzt hin ich muss ja ich muss ja die homies hier wieder suchen hier ob hier noch mehr so sind die mir irgendwie noch ein bisschen gez gebühren abziehen wollen ich fahr da jetzt ich eben hin da sind sie immer ganz groß drinnen personal sich zieht scheiße aus noch zwei kilometer dann bin ich da ja ja alles cool alles cool ganz gechillt jung bist du zu fuß nicht mehr ich bin in so einer art escalate drinnen ich habe gerade eine parkbank weggerannt und mein auto wird langsamer oh jetzt sind sie wieder da aussteigen aussteigen und los geht's oh schon wieder ich glaube das war eine pump gun ich glaube es war eine pump gun so jetzt geht es wieder weiter aber jetzt erstmal schön die knarre schon auszuheben bester drift des lebens habe ich gerade hingelegt so gangfight macht der gangfight ja ich stehe da voll drauf das ist voll meins so also die sind gekommen als ich im auto war jetzt muss ich mal gucken ich steig mal wieder ins auto ein steigt bei mir ins auto ich bin jetzt gleich da guck mal ob die jetzt gleich kommen hier wieder ja wie gesagt ja genau da sehe ich dich schon auf der karte so und die müssen hier jetzt eigentlich richtig rum swagen ja ich sehe wieder so ein paar penner gleich mal wieder genau gleich mal abholzen hier so erstmal reloaden komm 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 lauf 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 um dein leben wo bist du ich kille hier alle junge siehst du mich doch auf der map oder nicht ja klar aber jetzt knall ich mal hier rum achso achso das bist du gewesen oder das warst du ja hat der mich abgeknallt ja du was ist da los man so weiter geht's so kriegen wir alles hin kriegen wir ich meine zu zweit ist ja um einiges einfacher aber sollten wir ja hinkriegen alles warte mal auf mich ich genau ich sehe wie sie hinterher rennt sehr gell gefällt mir hier bin ich so da ist aber keine sau ich hole mich schon mal die moneten jeder andere würde wieder sagen du hast doch genug das passt ja alles aber wie gesagt ich mag das einfach da ist noch einer 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 den knall ich aber jetzt ab hier ist hier ist ein mädel habe ich dich jetzt oh ja der letzte hat mich wieder ja du du hast mir oh bist du ein idiot alter gleich mal aufs maul hauen wo bist du ich knall dich ab genau alter haben wir die jetzt erledigt oder was oder siehst du da noch welche komm mal her gusor komm mal um die ecke komm mal um die ecke chill doch mal dein leben komm ja ich bin doch da ich wollte dich eigentlich nicht abknallen ey willst du mich umbringen hier chill dein leben chill dein leben der gusor verteilt ostereier aber direkt ins gesicht so jetzt haben wir hier noch einen der hier richtig einen auf gangster macht den müssen wir noch abknallen würde ich sagen das ist so der hyper boss wie war das mit mit shift oder wie war das hinter der mauer verstecken mit kuh mit kuh ja läuft auf jeden fall lol ich komm da nicht raus was ist das man wo ist er alter wo ist er ich ne ich bin irgendwo in so einem kackladen hier musst du erstmal rausrennen weil du mich getötet hast ah Mist jetzt ist der weg jetzt ist der weg aber bevor wir jetzt stress mit dem bullen kriegen haue ich jetzt hier erstmal ganz pauschal ab warte steig bei mir ins auto warte mal das war ja der idiot doch das war ja der idiot doch genau hier so wölftchen achso ja ich steck schon in deinem auto man junge ja ich musste jetzt eben hinfahren mit bullen ja weil ich hab grad einen bullen getötet um die karre zu kriegen ja ich hab keinen bock dahin zu laufen ich bin schon mal mit dem fahrrad unterwegs ja genau kommen sie schon mal mit dem heli an alter ich bin nur der mit dem fahrrad fährt bitte ruhe komm jetzt alter es ist nicht dein ernst alter du hast sie wie viel sterne hast du drei ja genau alter ich hab einen weißt du und ich fahr auf dem fahrrad und mich wollen die jetzt mit dem heli hier killen Junge komm jetzt ja wo bist du ich bin ja schon längst weg aus der gefahrenzone raus aber dadurch dass du so clever bist und mir die bullen auf den sack geholt hast hier achso da bist du ja ok warte ich stell kurz einen kannst du einsteigen sonst muss ich eben was umstellen ja klar nee nee passt schon easy go ich hätt fast gesagt da nicht lang fahren ich wär eins weiter links gefahren hab ich auch grad gemerkt egal aber weil die route musst du aussteigen ne genau alter so zack und ich bin da nein ich bin wieder hier net 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 in meinem revier halt's maul alter das war mein kill hahaha alter aber das ist mein money alter dein kill mein money ja und so sieht's nämlich aus Junge oh ich hab nur 13.000 momentan ist das auch wirklich richtig? kriegt man hier was ja? ja jo läuft auf jeden Fall soo soll ich dich jetzt mal killen? siehst du dich keiner reinschießen hahaha das ist so geil hä? die haben geschlossen oh was ist mit ihm alter achso weil du weil du wieder du bist so ein Sack alter weißt du wir laufen hier hin und äh ja jetzt lauf nochmal rein noch nochmal rein wie lange ist das jetzt? ja schön hat geschlossen bitte komm später wieder oh du bist so ein Opfer alter du bist so ein hässliches Opfer Junge jetzt will er mich killen ja wahrscheinlich geh weg wo bist du denn? wo bist du denn? steig einfach ein steig einfach ein steig einfach ein steig einfach ein ja ich werf die mal hinter mich was soll der scheiß ah jetzt klappt's steig einfach ein wir machen jetzt einfach was so ja klar aber ich will was ordentliches machen hier ja wir müssen jetzt halt die Bullen loswerden ich hab einen Stern naja dann lass hier dann hier dann lass uns hier einfach irgendwo heiden und dann ist gut die kommen ja eh nicht hier hin ist doch nicht schlecht ich muss mal kurz gucken ob ich meinen Kuruma jetzt endlich kriege weil der Kuruma der ist komplett gepanzert da können wir locker und easy eine Mission machen oh lol ich hab zu wenig ich hab zu wenig wirklich wirklich ich muss 6.000 haben ich muss erstmal ne Karre du hast zu wenig Penis so sieht's aus kann passieren Junge das war der beste Drift den ich je gemacht hab wow du wolltest schon die Bullen loswerden oder? ja die sind ja auch gleich weg ok läuft bei dir nein da kommst du jetzt oh du bist so ein Opfer Junge was oh ja genau richtig richtig komm steig jetzt ein und fahrt weg komm ja deine Art von wegfahren kenn ich alter und dann 3 Sterne wieder hm jetzt komm 3 Sterne Luxusleben los steig jetzt ich fahr nicht mit dir alter dann nicht alter genau dann kann mir nämlich auch nichts passieren sag ich jetzt mal gar nicht siehste fahren an mir schön vorbei hä 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 oh ne doch doch wie sie hinter dir hinterher fahren sehr geil haha Opfer hä 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 jetzt bin die Sterne gleich los ja ja genau mhm oh komm ey aber das ist echt ein bisschen übertrieben oder ich meine wir waren ein bisschen böse in so einer kleinen Gewerbegebietssession hier und da hauen die gleiche so übel rauf das ist ein bisschen übertrieben finde ich also okay jetzt erstmal böse loswerden würde ich sagen ja ich hab sie gleich los hoffe ich ja ja genau das sagt er seit einer halben Stunde ja komm was kann ich dafür wenn ich einen Stern kriege wenn du eine Granate zu mir wirfst hallo ach würd sein Alter das war ein Molotow Cocktail ja trotzdem dann krieg ich die Sterne hallo ich krieg deine Sterne ja okay ich hab sie los komm her ich hab sie los meine sind auch gleich weg ja ja ich bin auch gleich weg sehr gut oh aber ich meine dass es natürlich gleich mit dem Gangfight angefangen hat war natürlich episch ich muss jetzt erstmal kurz gucken wo ich oh ja ja ich bin sie los geworden wo ich hinfahren könnte um oh was war denn das gerade für eine grafische Entgleisung wartet mal ich muss mal gerade gucken das war nicht euer Ernst oder dass ihr das meint hier dass er damit oh ist das schlecht was ist los? Alter das war ja Pixelwelt pur ich bin gegen Gitter gegen gefahren und das hat Funken geschlagen oh Lichtluft an ja dann muss ich erstmal rangehen ich hoffe die Folge hat euch gefallen war so ein bisschen durcheinander äh haut mal rein und guckt beim Mike Boss vorbei bis dann yo yo